Hallo, Servus bei Monaco. Da Dück schon, dass ihr draufgeklickt seid. Ich bin heute beim Glamour Afternoon in der Chance Garage. Ihr kennt die Chance Garage schon. Schaut mal oben beim i nach. Da habe ich euch näher vorgestellt. Und heute kommen Promis, Blogger und geladene Gäste. Und ich freue mich, eben hier Gastgeber sein zu dürfen. Also schauen wir einfach mal rein und lassen uns vom Event mittreiben. Neben mir steht der Michi vom Labo hin. Das kennt ihr schon. Das habe ich euch oben im i gleich nochmal verlinkt. Das Restaurant. Und du machst heute das Catering für uns hier beim Glamour Afternoon. Ganz genau. Was gibt es denn Leckeres? Du, ganz viele leckere Sachen. Auf jeden Fall gibt es 12 Glicquot Champagner. Gleich mal zum Anfang. Schöne Orange. Passt ja zu dir. Und ansonsten haben wir Kleinigkeiten mit dabei. Roastbeef. Gibt schön frisches Gemüse. Gemüsesalat Sizilianisch und ein paar andere Leckereien. Ich würde sagen, auf zum Buffet. Aber hallo. Ja, hallo. Ich bin der Oliver. Ich bin heute hier, um unseren Gästen den Hut näher zu bringen. Und ihm zu zeigen, dass auch heutzutage ein Hut noch wirklich angesagt ist. Und einfach das i-Tüpfelchen auf einer guten Kleidung ist. Und ich freue mich auf meine Gäste. Hallo, ich bin der Markus. Ich bin vom Inszenario. Und darf heute hier für euch die Eisbrille machen. Das war ein kleiner Einblick in den Glamour-Afternoon heute. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Veranstaltung mit dabei. Schaut mal in die Infobox. Da könnt ihr euch eine Newsletter eintragen. Und ich hoffe natürlich auch. Das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wirst Support. Das ist kein Mord. Und da oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt mal rein. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.